Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planner Base. Ich begrüße euch alle da draußen, denn wir spielen eine Runde Planner Base weiter und ich hoffe, ihr habt da richtig Spaß dran. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich suchte mich gerade voll fest. Ich nehme viel zu viele Folgen auf, ich sollte ja gar nicht so viele aufnehmen. Aber es macht mir einfach gerade unheimlich Freude. Allein schon das jetzt mit den Gestrandeten hat mir wieder ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und so muss es doch auch sein, oder? So muss es sein und nicht anders. So, hier Aufbereitungsanlage, kriegt natürlich jetzt eine neue Metallverarbeitung. Da wir immer sehr, sehr viel, ich zeige euch das mal, wir haben unglaublich viel Bioplastik immer, aber dafür nur umso weniger Metall. Das heißt, wir machen hier jetzt einfach eine Vollprozession rein, äh, Vollprozession, so ein Blödsinn. Eine Vollproduktion, eine Prozession, ganz klar. Ah, Hirn. Ne, wir machen eine Vollproduktion hier rein von Metall. Wir haben nämlich sehr, sehr viel davon. Bevor wir uns damit unsere, unsere Lager zumüllen, ich glaube, Metall haben wir relativ wenig hier eingelagert. Aber ein bisschen was sollte schon eigentlich schon in irgendeinem Lager drin sein. Hier ist, glaube ich, was. Ja, nee, doch, da ist Metall. Und das soll auf jeden Fall nicht gelagert werden. Das ist totaler Blödsinn. Wenn wir das weglagern würden, das wäre Quatsch. Lassen wir uns das lieber reinbringen und dann brauchen wir halt neue Leute dafür. Was? Kommt da niemand? Ach, ein Händler ist das. Ne, wir brauchen die gerade nicht. Das ist gerade voll die Bewegung auch. 107 sind gerade da. Arbeitet hier an der Funkkonsole? Ja, da sind auf jeden Fall Leute. Super. Die Funkabdeckung ist aber ein bisschen schwach, muss ich sagen. Muss ich ehrlich zugeben. Mal noch mal gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen mehr Funk reinbekommen. Mal noch mal zweite Funkanlage. Wir haben ja zwei Antennen. Okay, Patente haben wir da. Dann können wir jetzt auch weitermachen mit dem Patenten. Das ist nämlich sehr angenehm. Okay. Da sind auch schon ganz schön viele Bohrbots. Also Bohrbots haben wir tatsächlich sehr, sehr viele mittlerweile. Wir können ja mal gucken, wie viele. Wir haben jetzt insgesamt 18 Bohrbots, 7 Baubots und 25 Transportbots. Das ist eine feine Geschichte. Das heißt, wir werden den jetzt erstmal wieder auf Transport umstellen. Und den hier auch auf Transport. Neue Funkantenne. Und dann sollten wir mal unser Netz angucken. Wie schaut es hier aus? Essen schaut gut aus. Wasser schaut auch gut aus. Haben wir sehr viel. Energiegleichgewicht ist super. Wasser ist auch gut. Sauerstoff passt auch. Aber hauptsächlich ist das, dass wir sehr, sehr viel Energie haben. Holen wir uns das hier noch. Jetzt haben wir genug Bots. Schon wieder produziert. Aber die Genen hätte ich ganz gerne auch nochmal schnell. Na, Erze brauchen wir gerade echt nicht. Vielleicht können wir ein bisschen Stärke hier rausbekommen. Das passt, oder? So, zack. Wunderbar. 1a. Kriegen wir das auch noch weg. Haben wir da nämlich auch nochmal ganz schön viel Arbeit, die wir noch investieren müssen. Und wieder Geld reingenommen. Wunderschön. Hier, ihr seht schon, arbeiten auch schon ganz schön viele. Haben wir eigentlich die Kolonisten noch an? Und wenn ja, nee. Wir würden auf Ingenieure noch einstellen. Und siehe da, wir bräuchten tatsächlich sogar Ingenieure. Aber wir müssen nochmal ganz kurz unsere Bots auf, ich sag jetzt mal 100 hochdrehen. 100 Bots ist eine feine Sache. Dann kann hier nämlich endlich mal wieder was losgehen. Wir haben 7 freie Halbleiter im Augenblick. Lass uns da mal ein bisschen aufdrehen. 50, 50, 50, 5. Machen wir auf 10 hoch. Zack. Wunderbar. Das ist nämlich jetzt eine feine Sache. Na, die verteilen sich nämlich schön über die Eingänge. Seht ihr das? Da ist kein großer Stau an einem, sondern die verteilen sich wirklich sehr intelligent. Wo am längsten Wartezeit ist, da gehen die nicht durch, ne? Dann verteilen die sich schön. Das ist echt gut gemacht. Ein Arbeiter hat es wieder zerlegt. Oh, no, 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 no. Okay, das sollten alle gewesen sein. Also wir brauchen definitiv neue Leute. Wir müssen mal den Handel ein bisschen ausdrehen, weil das ist jetzt gerade, da eskaliert mir das gerade ein bisschen zu viel. Pass auf. Wir machen jetzt mal die Handelsschiffe, machen wir aus. Dafür machen wir Kolonisten an und wollen aber zudem auf jeden Fall Arbeitskräfte haben. Ein paar Sannis wollen wir haben und ein paar Wachen wollen wir haben. Genau. Und dann lass uns mal Biologen noch ein paar holen. Genau. So, und dann bauen wir nämlich jetzt hier unten nochmal einen Farmdome her. Genau in die Mitte rein. Das heißt, wir werden zwangsläufig neue Biologen brauchen, weil die, die werden, ähm, auf Dauer werden die das nicht mehr packen. Da kommt unsere ganze Armada. Bringt auch ein paar Ingenieure noch mit. Das ist auch kein, kein Schaden für uns. Flüchtlinge nehmen wir auch noch an. Klar, oder? Wir schaffen das. Nein, ich will das nicht jetzt noch thematisieren. Nein, 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 nein. Hör damit auf. Aber die nehmen wir auf jeden Fall auf. Sind, ist zwar eine große Gruppe, aber wir haben doch den Platz. Ist doch alles da. Wir haben Platz, wir haben Essen, wir haben genug Energie. Ist doch alles da. Warum nicht? Außerdem zahlen sie auch. Ist okay. 14 Stück. Ist doch. Kein Thema. So, hier kommt unser großer Biodom. Bauen extra an, deswegen. Ist doch auch super. Die nächsten wieder an. Jetzt müssen wir noch mal kurz gucken. Ingenies drehen wir mal runter. Und Sunnyies drehen wir auch mal runter. So ungefähr. So, brauchen wir noch ein bisschen Getreide. Jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Wir haben hauptsächlich Fleisch. Das ist okay. Dann bauen wir noch mal hier ganz schön viel Getreide an. und Pilze. Und dann gibt es noch mal Heilpflanzen brauchen wir keine. Ansonsten sehe ich jetzt auch nix, ehrlich gesagt. Lass uns noch mal neben den Pilzen, weil wir ja großes Feld ja hier hatten. Lass uns noch mal Pilze machen. Weil ich sehe immer so wenig Pilze und dann denke ich mir, hey. Okay. Schaut gut aus. Kann man so lassen. Jetzt sollte man erstmal nahrungsmitteltechnisch gut dabei sein. Da sind ein paar Pilze und da sind Hühnchen. Aber das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon. 280 haben wir für die Dienste bekommen. Sehr, sehr angenehm. Okay. Es schaut gut aus. Ich bin sogar, möchte ich fast sagen, zu einem Stück weit sehr zufrieden. Weil? Aber wir haben immer noch zu wenig Arbeitskräfte. Was kommt da? Gut, da kommen wieder ein Biologe und Arbeit. Ja, das ist gut. Das ist gut, weil die arbeiten nämlich gerade auch ziemlich am Limit. Denke ich mir zumindest gerade. So, hier kommen noch welche her. Und ein großes Lager. Zum Weglagern. Wasserspeicher ist kritisch. Was? Oh ja, oh ja, oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Ja, Wasserspeicher ist kritisch. Das ist ein Problem. Okay. Gleich nochmal einen. Und einen großen Tank hier oben hin. So. Wasser ist nämlich komplett aufgebraucht gerade. Noch nicht angekommen, aber... Ja doch, der Wassertank lädt sich tagsüber jetzt ein bisschen auf, aber... Die... Das lassen wir uns jetzt nicht auf uns sitzen. Das müssen wir... Da müssen wir jetzt ein bisschen rangehen. So, warte mal. Ich vermute mal, dass da wieder kein Metall ankommt. Doch, es kommt tatsächlich an. Kein Bioplastik. What? Okay, jetzt sollten wir langsam ein bisschen schauen, was wirklich notwendig ist. Ah! Also, wir brauchen als erstes mal keine Arbeiter mehr. Ne, wohl. Doch. Weder Biologen noch Arbeiter. Wir brauchen gar nichts gerade, so. Hier haben wir sehr, sehr viele gerade, die reinkommen, die sich ziemlich verstrahlt haben. Ingenieure auch, dummerweise. Die waren gerade am Bauen da hinten. Die hoffen jetzt auf sehr schnelle Behandlung. Da sind sie schon wunderbar. Und hier unten haben wir da auch noch was. Nö, auch nicht. Alles gut. So, und raus mit euch. In die Freiheit. Wie viele haben wir denn? 55? Ganz schön ordentlich. Und alle rein. Ja, ich werde auch ganz schön heftig gebaut. Massives Lager. Ich werde verrückt, ey. Massives Lager. Das ist so super. Da können wir wieder weglagern. Wie bescheuert. Haben wir jetzt wieder Platz zum Lagern. Okay. Ja, unsere Betten sind schon ziemlich belegt, ne? Ja, wobei, also gut, jetzt um die Zeit sowieso. Nachtstunde. Wenn wir das noch haben, dann sind wir eigentlich ganz gut dabei. Mega Strukturen. Geil. Dann sollten wir hier nochmal einen kurzen Sauerstoffgenerator hinbauen, weil ansonsten kriegen wir hier auf Dauer echt Probleme. Weil hier, ihr seht schon, das Ding saugt nämlich Energie und beziehungsweise Sauerstoff rein. Und unsere Energie schafft, äh, oder beziehungsweise Sauerstoff wird hier ganz, ganz schwer nur verteilt. Und da, wo die Leute schlafen, da geht es auch echt ans Limit, ne? Wenn das zu viele werden, kriegst du ein Problem. Ach, mir. Freunde, warum habt ihr denn keine Hobbys, ha? Wieder zu viele. Wieder zu viele gestorben für das Ding. Ist nicht okay. Wenn da so viele sterben, das ist nicht in Ordnung. So, jetzt können wir wieder noch mehr weglagern. Hm, Bioplastik kommt auch gut an. Sechsmal frei. Na gut, wenn wir viel bauen, dann geht der Bioplastik natürlich auch, äh, geht das ein bisschen in die Knie. Wie viel Wasser haben wir denn jetzt auf Vorrat? Erstmal genug, das reicht. Eingehende Nachricht, kleine Gruppe. Jo, könnte kommen. Wir brauchen, okay, wir brauchen dringend noch auf jeden Fall Biologen. Das war ein bisschen zu sportlich von mir gedacht. Dann machen wir mal 50-50. Und Energie rein und damit füllt er nämlich die hier alle wieder mit Sauerstoff auf. Und das bringt letzten Endes im Endeffekt eigentlich allen Bereichen hier was. Hier können wir wieder Betten reinschrauben und dann sind wir eigentlich schon für heute wieder durch, ne? Ich weiß, euch gefällt das immer nicht, wenn ich das sage, aber es ist tatsächlich dann so. Ja gut, wenn wir solche Räume natürlich mit Betten ausstatten, dann haben wir natürlich auch irgendwo das Problem, dass natürlich da ein Haufen Bioplastik reinläuft in das Teil. So, dann machen wir jetzt mal Folgendes, damit mehr Kolonisten landen können. Schalten wir die Besucher wieder aus. Na, jetzt können da ein Haufen Leute schlafen. Das ist fein, das ist gut. Sonne geht unter. Ja, kann man so mitarbeiten, oder? Würde ich sagen. Ich finde, das macht einen ganz, ganz soliden Eindruck. Hier oben wieder ein Biologe und ein... Oh, und eine Wache. Wunderschön. Wie viele Wachen haben wir denn da? Ah, da sind nicht alle Plätze mittlerweile belegt. Viele sind auch müde. Ich bin müde. Lass uns schlafen. Okay, gucken wir mal. Ah, hier unten will noch keiner so richtig. Aber es wird besser. Es wird besser, Freunde. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf Zwergtüb. Ciao.